Hey Leute, ich begrüße euch zurück zu Rogue Trooper und wir gucken mal, wie es weitergeht. Also ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, da ich jetzt doch schon längere Zeit gar nicht mehr gezockt habe. Also dieses Spiel jetzt. Was? Na egal, dann gehen wir halt actionreich vor. Komm her, der ist down. Hier war noch einer da. Na wo ist die Marde? Oh, da sind aber noch ein paar. Ah, jetzt kommen die Störer mit ins Spiel. Soweit ich weiß, müssen wir den Störer auch töten, weil der halt dafür sorgt, also wie kann man es am leichtesten ausdrücken. Also der löst ein EMP aus und das stört halt unsere ganze Ausrüstung schon wieder, diese Marde. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Komm her. So. Jetzt haben wir es. Der EMP Trooper ist auch down. Was ist denn mit dir, Junge? Aktualisier. Aktualisier dich mal. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Nicht tot. Wo heile ich mich? Auf B. Verdammt. Hab ich keine Medikits? Doch. Ah, ich hatte hier die Granatenauswahl. Nehmen wir Splitter. Ähm, und wir wählen mal wieder den normalen Gunner aus. Da oben war doch ein Geschütz, oder? Da ist doch mal eine Marde. Aber zu dem kommen wir so einfach nicht. Oh, 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 oh. Wir müssen rauf. Hoffentlich kriegen wir den. Und jetzt hab ich tatsächlich wieder vergessen, den Timer zu stellen. Na, ist das ärgerlich. Egal. Ist ja mittlerweile schon fast ein Running-Gag. So. Ganz wichtig, die Energie einsammeln. Deswegen gehen wir jetzt gleich auch nochmal zurück. Oh, scheiße. Äh. Ist er weg? Er fliegt gerade weg. Okay. Wir gehen nochmal kurz nach unten. Halt wegen der Energie. Ich meine, wir brauchen die ja auch, könnte man sagen. Für die ganze Munition und alles. Können die nicht das Tor aufmachen? Dann müsste ich nicht wieder nach oben latschen. Ach ja, jetzt kommen sie von oben. Idioten. Nehmen wir die Shotgun, würde ich sagen. Scheint ja jetzt auf nahe Distanz zu gehen. So, weg mit der Granate. Na ja, okay. Vielleicht doch nicht so nahe Distanz. Okay, wartet. Wo werfe ich denn die Granaten? Oh Gott, ich bin so raus. Sorry, Leute. Aber ich habe jetzt echt bestimmt... Eine? Zwei Wochen? Na, okay. Ich denke, eine Woche. Eine Woche kommt gut hin. Habe ich jetzt bestimmt dieses Spiel nicht mehr gespielt. Granate, da haben wir es doch. Auf F war es genau. Und auf Q konnte man diese kleinen Minen da werfen. So. Madiger. Okay. Okay. Okay, läuft. Oh, scheiße. Und tschüss. Bam. Muss ich die Tür nicht noch aufmachen? Ja, doch. Ich glaube, wenn ich Helm wegnehme, dann geht die Tür auf. Erstmal kurz das Sniper durchladen. Okay. Ach, da waren noch welche. Die holen wir uns natürlich auch. Kann ja nicht angehen. Dass wir hier einfach Punkte zurücklassen. Und tschüss. Upgrades verfügbar. Gucken wir doch gleich mal rein. Aber erstmal kaufen wir Medikits. Ähm, Upgrades. Was haben wir? Mörser. Geil. Und Brandgranaten. Brandgranaten sind heftige Teile, muss man sagen. Mörser. Ach, haben wir schon, aber es größtet. Okay. Hier haben wir auch alles voll. Okay. Dann nehmen wir mal den Mörser. Und tschüss. Das ist geil. Der Mörser ist cool. Bam. Okay, jetzt hat der herzlich wenig gebracht. Gott, wechsel mal die Waffe. Oh. Das erste Mal tot. Was ist da denn los? Erstes Mal? Ich glaube. Zum Kontrollpunkt. Ähm. Jetzt machen wir es anders. Jetzt holen wir uns direkt die Upgrades. Oder sind die... Die sind doch gar nicht alle verfügbar. Komm, sag Bescheid. Okay. Upgrades verfügbar. Mörser. Und dann holen wir uns noch... Ja, ist doch gut. Holen wir uns noch die Brandgranate. Brandgranate. Ist auch klar. Und... Oh, den hatten wir doch. Und tschüss. Ha. Haben wir? Ne, noch nicht. Noch nicht ganz. Ah, hier sind da jetzt Sniper. Oh, und jetzt kommt der Teil, den ich mal in einem... vor ein paar Leveln angesprochen habe. Dieses Kack-Minenfeld. Beziehungsweise ist kein direktes Minenfeld. Aber es ist sowas ähnliches. Und genau, es waren welche, die hatten einen Mörser. Wo war der denn nochmal? Da drüben. Oh, shit. Da ist er, wo es qualmt. Up, weg. Ha. Er le... Oh, oh, Sniper. Den hatten wir auch. Ich überlege gerade, wir nehmen mal den Mörser. Leben brauchen wir jetzt nicht. Noch nicht. Hier sind diese ganzen Scheißteile. Ach, die gehen dann direkt kaputt? Och. Das wäre dann viel, viel einfacher. Ich habe die sonst immer alle versucht wegzusnipen. Voll der Dreck. Hätte ich das mal gewusst. Oh, da sind auch welche. Ja, ist gut. Beruhig dich, Freund. Und tschüss. Und tschüss. Können wir die ausnehmen? Nein. Ich glaube, das geht nur bei den Roten, oder? Ich glaube schon. Hier müsste doch... Da haben wir noch was. So. Wir haben aber auch nur noch drei Mörser-Raketen, oder was da? Also Mörser-Geschosse. Das ist nicht viel. Ich würde mal sagen, ich mache an dieser Stelle einen Schnitt und melde mich dann im nächsten Part zurück. Bis dahin. Servus.